Was ist denn das Beste am Stadtfest? Warum muss man hierher kommen nach Bregenz? Ja, weil es im Genie was los ist in Bregenz. Im Sommer ist halt immer was los und dann kommt man halt her. Wir sind heute dabei bei der Bregenzer Stadtfesteröffnung. Zu Beginn gab es eine Modenschau, jetzt rocken the pure und es gibt eine Partymeile und genau die werden wir jetzt mal abgehen. Veronika, was bietet dir das Stadtfest hier in Bregenz? Ja, es ist eine gute Abwechslung zum sonstigen Nightlife. Man kann mal ein paar Dosen gepästen, super Musik, super Getränke, es ist auch gelassig, man trifft viel, es ist super. Jackie, voll am Mitsingen vorgewesen, gefällt dir das Pure? Sehr gut! Sehr gut! Kann man! ám Das Stadtfest ist super. Was ist für dich das Highlight hier? Eine Modeschau, die war ein super Highlight, war total ärzig. Das hat es jetzt noch nie gegeben, glaube ich. Wieso, ich habe es noch nie gesehen, wo es natürlich das erste am Trinken ist, einmalig super. Warum kommt man her zum Bregenzer Stadtfest? Einfach super, ganz oben, schön, alles klar, tipptopp. Der Höhenpunkt, der ist Jenslag, oder? Der ist Jenslag. Also ich habe jetzt die Modeschau gut gefunden und das Feuerwerk, das finde ich gut. Wie findet ihr die Partymeile? Ist die auch neu jetzt dieses Jahr? Ja doch, die ist gut. Also viel Angebot, keine Ahnung. Wunderbare Atmosphäre hier in der Partymeile beim Stadtfest in Bregenz. Bis Sonntag gibt es hier noch einiges zu erleben. Viele Bands und ein Klangfeuerwerk am Samstag, also seid dabei. Bis importante. Für die es geht den Ball Sind Anstatt den holiday Thür gebracht